Und wenn du in diese Familien gehst, es ist ja sicher auch teilweise sehr schwierig auszuhalten, weil es sicher auch schwierige Familien sein können. Wie geht es dir persönlich damit? Es ist nicht immer schön. Ich bin da, um die Eltern irgendwie anzuleiten und an die Hand zu nehmen, aber auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir Brühe war und von diesem Snowboardswerk erzählte? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem wir, nachdem du... Nachdem du dieses Hals am Ausgebobst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang... Zwei von dreieinhalbtausend, Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine, um 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rübergehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zufällig Ihnen, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Das war's für heute.